Hallo Internet und willkommen zurück zu Dragon Quest Builders 2. Wir gehen mal auf direkten Wege... Gehen wir auf direkten Wege zurück? Ne, machen wir nicht. Wir sollten uns vielleicht sinnvollerweise hier oben noch einmal umschauen. Also ob es hier noch irgendwie was Verstecktes gibt. Ein Geheimnis, eine Truhe. Ah, schau mal eine an. Gut, dass ich noch nachgeguckt habe. Ah, Gold. Na gut. Hätte mir jetzt Schöneres vorstellen können als Gold, aber... Prinzipiell bin ich trotzdem froh, dass wir hier noch was gefunden haben. Ist da vorne auch noch was? Nö. Hier oben. Beziehungsweise, wisst ihr was, wenn wir hier sind? Dann können wir zudem auch einfach mal hier so ein bisschen weiter geradeaus laufen. Ah, ich muss mich wieder verwandeln. Schnell. Oh nö, ich muss ein Yeti werden. Ah, jetzt geht's. Wir können hier mal ein bisschen weiter geradeaus langlaufen. Vielleicht finden wir nämlich hier irgendwie noch ein Rätseltempel oder ähnliches. Das wäre natürlich auch ganz nett. Denn ich glaube nicht, dass wir bis jetzt alle Rätseltempel gefunden haben. Also ich schätze mal, da fehlen uns irgendwie noch ein, zwei. Zumindest, ähm, die Markierungen auf der Karte, die sind noch nicht vollständig. Gelöst haben wir, wie viele? Zwei, drei Stück, glaube ich, maximal. Und, äh, gefunden haben wir, glaube ich, jetzt so sechs oder sieben. Hier hat der Schnee aber auch aufgehört. Kann ich hier wieder regulär rumlaufen? Joa. Also hier kann ich wieder rumlaufen, ohne Schaden zu bekommen. Übrigens, diese Eisfiecher, die wir gerade vorne getroffen haben, die habe ich instant gekillt mit dem Flammenschwert. Äh, ja, macht natürlich Sinn, dass man die instant tötet mit dem Flammenschwert, ne? Die sind ja Eisfiecher. Und, äh, von daher glaube ich, es war auch wirklich ganz nützlich, dass wir das zu diesem Zeitpunkt gecraftet haben. Und, äh, vor allen Dingen, dass wir es auch gefunden haben, beziehungsweise die Möglichkeit erhalten haben, das Feuer schwer zu craften, ist natürlich ein sehr, sehr glücklicher Zufall. Schaut mal da vorne! Da haben wir doch ein Rätselschrein. Na, sieh mal einer an! Den haben wir definitiv noch nicht gesehen. Wollen wir den einfach mal machen? Ach, bevor wir zurückgehen, machen wir jetzt einfach mal ein Rätselschrein. Was muss man denn hier tun? Ah! Die sehen komplett identisch aus, die Räume. Was ist denn hier die Aufgabe? Beziehungsweise, ne, die sind nicht identisch. Die sind gar nicht identisch, denn die Türen sind an unterschiedlichen Orten. Kann ich die Sachen hier hochheben? Nein, kann ich die auf der anderen Seite hochheben? Ah, schau mal an! Das muss man wahrscheinlich spiegelverkehrt hinstellen. Aha! Ich schätze mal, dass man das machen muss. Äh, was Besseres fällt mir jetzt jedenfalls persönlich gerade nicht ein. Fangen wir vielleicht mal mit den, mit den Töpfen hier an. Dann habe ich so einen kleinen Orientierungspunkt. Also die Töpfe, die stellen wir mal direkt hier neben die Tür. Genau. Wenn man nach links geht, hat man nämlich die Töpfe. Dann gegenüber von den Töpfen stehen die Kisten. Und zwar hier. Ah, Moment. Ich habe die Töpfe gar nicht richtig gestellt. Die Töpfe müssen nämlich in die Ecke hier rein. Hey! Stell das da hin, gefälligst. Sehr gut. Und genau, also die Töpfe, ach, die, äh, Kisten, die müssen hier hin. So. Dann kommt neben die Kiste mit einem Feld Abstand der Tisch. Ja, nicht so hoch. Eigentlich sollte der ein bisschen weiter runter. Wahrscheinlich blockiert die, äh, die Leuchte hier den Tisch. Passt das jetzt? Jetzt passt es. In Ordnung. Dann haben wir neben dem Tisch das Bettchen. Da. Den Schemel vorm Tisch. Zwar hier. Dann fehlt eigentlich nur noch die Lampe. Die müsste dann hier vorne hingehören. Und. Yay! Ich habe ein Rätsel verstanden. Ich kann es selbst kaum glauben. Es kommt mir vor, als wären irgendwie 100.000 Jahre vergangen. Ähm. Seitdem wir das letzte Rätsel hier mal gelöst haben. Also wir sammeln eine weitere Mini-Medaille ein. Yay! Yay! Hoaxel erhält eine Mini-Medaille. Und mit der Mini-Medaille im Gepäck gehen wir jetzt aber wirklich mal zurück zum Schloss. Jetzt haben wir ja genug Quatsch nebenbei noch getrieben. Und ja, wir müssen mit Anessa reden. Ich will wissen, ist Anessa wirklich die Spionin? Ist sie es nicht? Wir müssen die Barrikade noch fertig bauen. Also von den neuen Fallen anbringen. Und, und, und. Also es gibt 100.000 Sachen zu erledigen. Und, äh, ja, Jeremias wird uns wahrscheinlich was dazu sagen. Ah, Hoaxel, wie lief deine Mission? Äh, ich meine Mission. Konntest du etwas über eine Schwachstelle herausfinden, um die Schreckrecken zu Fall zu bringen? Sie mithilfe kälter verströmender Knirschkonstruktionen zu Eis erstarren zu lassen? Ich nehme an, sie sollten dort angebracht werden, wo auf dem Bauplan die Fragezeichen sind. Aber bedarf es nicht auch einer Art Mechanismus, um die Fallen auszulösen? Die Druckplatten, die du bereits hergestellt hast, aktivieren nur Geräte, die sich unmittelbar daneben befinden. Was wir brauchen, ist eine Methode, um die Knirschkonstruktionen zu aktivieren. Aha, ich kann die Zahnräder sprichwörtlich in deinem Erbauergehirn rotieren hören. Das ist eine neue Erfindung, die da auf dem Weg ist, richtig? Wenn du alle Ideen für den Bauplan beisammen hast, stell ihn bitte so schnell wie möglich fertig. Die Schreckrecken können jeden Moment angreifen. Mission abgeschlossen und hat Huxel eine neue Idee? Natürlich hat er eine Idee. Rätsel, Rätsel und studiere. Huxel lernt eine neue Anleitung und zwar für einen Aktivator. Ein Auslöser, der am Boden platziert wird, aktiviert weiter entfernte Fallen und Kriegsgerät, wenn jemand darauf tritt. Kann gefärbt werden, na denn, tritt auf einen Aktivator, um Fallen aus der Ferne auszulösen. Das funktioniert gut mit Knirschkonstruktionen. Dann sollten wir so ein Ding vielleicht auch mal herstellen, gell? Vor allen Dingen, wie weit ist denn der Bauplan? Was fehlt denn hier noch? Fehlen hier tatsächlich nur noch die... Fehlen da nur noch die Fallen? Moment, Knisterfallen fehlen hier auch noch. Knirschkonstruktionen, ja, 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 Aktivatoren und Burgmauer. Einmal Burgmauer fehlt noch. Oh, schaut mal, da vorne oben rechts auf dem Bauplan fährt noch ein Stück Burgmauer. Das können wir vielleicht mal selber eben da hinlegen, wenn wir eh schon hier sind. Ich misstraue meinen Dorfbewohnern bzw. meinen Siedlungsbewohnern immer so ein bisschen. Manchmal lassen die ja überall so ein kleines Stückchen frei. Und wenn ich schon mal hier bin, dann kann ich das ja selber einfach mal erledigen. Also ein Steinchen rein und das war's. Und jetzt kraften wir aber wirklich erst einmal die restlichen Sachen, die wir noch benötigen. Kraften ist gut. Wir müssen, glaube ich, an den Zaubertisch. Juppdidu. Vier Stück von diesen fallen hier. Was fehlt mir denn noch? Druckplatten muss ich noch herstellen dafür. Die sind nämlich Basismaterial für die neuen Fallen. Wo gibt's denn hier Druckplatten? Waren die hier? Doch, da unten. Achso, wenn wir hier sind, können wir auch direkt mal die Aktivatoren mitbauen. An dem Crafting-Täbel. Und jetzt holen wir uns aber die restlichen Druckplatten, die wir noch benötigen. Huxel ist schon wieder fläßig am Werk hier. Gut, kann ich jetzt vier Stück davon bauen? Ja, kann ich. Schön, dass wir so viele Zauberkristalle noch auf Lager hatten. Das ist natürlich eine enorme Hilfe. Ich sammle übrigens mal die Herzchenpunkte ein. Ich weiß, ich müsste das eigentlich gar nicht mehr machen, aber... Aber, aber, aber. Ich will nicht, dass die überall rumfliegen die ganze Zeit. Ist Anessa denn auch hier? Da vorne ist Anessa. Sagt die irgendwas Neues? Wir werden eine Art magischer Waffe erfinden müssen. Ja, das hat sie uns aber schon gesagt. Ah. Kann diese Frau wirklich eine Verräterin sein? Die sieht so nett aus. Anessa, bleib stehen. Ich will dich angucken. Komm her. Ah. Die sieht so freundlich aus. Ich will nicht, dass das eine Spionin ist. Das fände ich schon irgendwie traurig. Ich habe ja das letzte Mal auch, glaube ich, erwähnt, dass ich die persönlich jetzt auch nicht in Verdacht hatte. Ich habe nicht gedacht, dass sie ein Verräter ist. Ich hätte eher so auf Hieronymus vielleicht getippt, wenn ich hätte raten dürfen. Hieronymus oder vielleicht sogar der König. Ich hätte so gedacht, ja, vielleicht der König, ne, so als große, als große Überraschung am Ende. Aber ja, wenn es Anessa ist, dann werden wir es ja bald erfahren. Wie lange braucht denn hier die Zauberstation noch? Ein Stück hat er erst fertig. Boah, dauert das lange. Kann ich mich schlafen legen? In dem viel zu kleinen Schlafraum? Oh, haben wir Glück gehabt. Also wir können hier den Tag schon beenden. Das heißt, am nächsten Morgen sollten wir, sollten wir, sollten wir im Besitz der neuen Fallen sein. Ja, ja, frisch ans Werk, Leute. Und vier Stück tatsächlich. Sehr gut. Dann sammeln wir die schon mal ein. Und ich musste doch noch irgendwas herstellen. Was war das denn nochmal? Ach, genau. Sechs Knisterfallen. Ah, jetzt nicht so viele herstellen. Zehn Stück. Krafte ich ja schon mit einem einzigen Crafting-Durchlauf. La 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 la. Yeah, fünf Stück. Nein, eine fehlt noch. Habe ich noch eine im Inventar? Nee, leider nicht. La 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 la. Komm schon, ich will die anderen fünf auch haben. Dankeschön. Und jetzt platzieren wir die ganzen Sachen aber mal hier vorne in der Kiste. Genau. Genau, also das hier. Das hier. Und das hier. Und, äh, ja, die Knirsch-Konstruktion, die werde ich jetzt einfach mal selber platzieren. Übrigens, erinnert ihr euch noch, als ich hier aus Versehen ein zweites Tor hingebaut habe? Das haben sie tatsächlich einfach davor gebaut, das andere. Finde ich sogar gar nicht mal so dumm. Also, abgesehen davon, dass es ein bisschen verrückt aussieht, ist das natürlich schon eine ganz angenehme zusätzliche Verstärkung. Vielleicht mache ich das auf der anderen Seite auch noch. Bin ich mir gerade nicht so ganz sicher, ob ich das tun werde. Wo kommen denn die Fallen hin? Wo kommen denn die Fallen hin? Knirsch-Konstruktion. Ach, an die vier Punkte hier. Die sind aber winzig. Also, im Vergleich zu diesen grünen Fallen hier sind die aber ganz schön, ganz schön mickrig. Und, äh, ja, ist das hier der letzte Stein tatsächlich für die Konstruktion? Ja! Huxl stellt folgendes fertig. Die Befestigungsanlage für die Schreckrecken. Die sollten doch mit Sicherheit auch gleich mal angreifen. Wenn wir hier schon fertig sind. Na, wo müssen wir denn die Quest abgeben? Aber, Ernessa! Erstklassige Arbeit, Huxl. Die Knirsch-Konstruktionen kompetieren den Bauplan ganz wunderbar. Das wird unseren Gegnern ordentlich zusetzen. Allerdings werden die Schreckrecken wohl leider nicht der letzte Gegner sein, mit dem wir es aufnehmen müssen. Es sind noch mehr da draußen. Das fühle ich. Es ist möglich, dass wir diesen Krieg niemals gewinnen. Aber wir können trotzdem kämpfen. Seite an Seite. Hey, Huxl. Glaubst du wirklich, sie macht gemeinsame Sache mit den, äh... Ist bei euch beiden alles in Ordnung? Bitte seht mich nicht so skeptisch an. Wenn ihr etwas zu sagen habt, sagt es gerade heraus. Ja, ich würde sie sogar tatsächlich drauf ansprechen. Also ich halte das auch für klug, sie anzusprechen. Moment mal. Ich glaube, ich spüre etwas. Was in aller Welt war das? Geht da etwa der Kampf los? Natürlich geht der Kampf los. Dann sammle ich nochmal fix die Herzchenpunkte ein. Kräfte mir noch Heilkräuterchen. Dudidu, dudidu, dudidu. Erstmal muss ich sie natürlich einsammeln, selbstverständlich. Also das Basismaterial hier. Gibt es eigentlich wieder Nachterde? Ja, 41. Ach nee, insgesamt. Ich dachte, 41 hätte ich jetzt da rausgeholt. Zu früh gefreut. Das sind die Herzchenpunkte. Wie viele können wir denn herstellen? Wie viele Heilkräuter? Wir können 31 nochmal craften. Das ist doch mal eine Ansage. Haben wir denn auch noch was zu essen im Inventar? äh, 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 äh. Ah, sortiertes Steak. Sortiertes Steak. Sortiertes. Sortiertes Steak. Ich weiß ehrlicherweise gar nicht, was sortiert bedeutet. Ähm, ich esse ja kein Fleisch. Ich kenne mich jetzt nicht so mit Fleisch aus, ehrlicherweise. Sortiert. Das ist wahrscheinlich irgendwie eine bestimmte Anbratform oder so von Fleisch. Wenn es jemand weiß, übrigens gerne mal in die Kommentare schreiben. Wenn ihr wisst, was sortiertes Fleisch ist oder wie man das ordentlich ausspricht, heißt es sortiert, sortiert, also ist es französisch. Wenn ihr es wisst, gerne einfach mal in die Kommentare schreiben. So ein bisschen Off-Topic-Frage, aber würde mich trotzdem mal interessieren. Aber genug geplappert, reden wir mal mit Melroth. Scheint, als sei eine schwergewichtige Armee auf dem Weg hierher. Das müssen die Schreckrecken sein, Huxel. Was meinst du? Bist du bereit, um ein paar Monster aufzumischen? Ja, klar. So lobe ich mir das. Lass uns da rausgehen und ihnen den Kampf ihres Lebens bieten. Und Huxel, bevor es losgeht, versteh mich nicht falsch, alle diese Erfindungen von dir sind wirklich unglaublich. Aber geht's darum, Monster im klassischen Sinne zu verdreschen, dann ist das meine Aufgabe. Wenn du glaubst, dass mich diese Apparaturen ersetzen können, dann nährst du dich gewaltig. Ich habe es satt behandelt, zu werden, als sei ich wertlos. Da bekomme ich Lust, Sachen in kleine Stücke zu schlagen. Du hast Glück! Darin bin ich nämlich gut. Na dann los, versorgen wir ein paar Schurken den Hintern. Hey, der ist eifersüchtig auf die Apparaturen, oder was? Ich habe doch gar nicht vor, Melrose zu ersetzen. Auch das finde ich aber traurig. Es ist aber schade, dass er so denkt, also dass er denkt, dass wir ihn mit diesen ganzen Fallen hier ersetzen würden. Das ist doch Quatsch. Naja, werden wir mit Sicherheit später nochmal drüber reden. Ähm, 37 Feinde müssen wir hier nur zerstören und unsere Fallen funktionieren tatsächlich auch ganz gut. Dass die gehen wir mal ein bisschen weiter nach vorne kommen. Oder funktioniert das da vorne auch? Ne, die müssen hinter der Wand sein, damit die Eisfallen funktionieren. Doch, da vorne haben wir eine eingefroren. Also ab und zu friert man mal eine ein tatsächlich. Eine Einheit meine ich, nicht eine Monster. Na komm schon, geht kaputt. Zwischendurch lösen die Fallen aber glaube ich auch regulär aus. Also jetzt bin ich ja gerade zum Beispiel nicht drauf getreten und trotzdem wurden die Rüstungen hier ähm, gerade einmal kurz vereist. Also ich hab's einmal so aus dem Augenwinkel gesehen. Es sind wenig Einheiten, also es sind nur 37. Die halten aber unendlich viel aus. Boah, das ist schon heftig. Alterschwede halten die viel aus. Vielleicht sollte ich die echt nach vorne laufen lassen. Und, äh, über die Eisfallen stolzieren lassen. Ach, ich hätte mal mehr Eisfallen bauen sollen. Ich hätte ja manuell, also ich hätte mir ja selber außerhalb des Bauplans selber mal welche irgendwie zusammenschustern können. Wäre vielleicht sogar ganz klug gewesen. naja. Versuchen wir sie trotzdem mal regulär zu besiegen. Fünf Stück. Das ist die sechste Einheit erst. Hallo? Das dauert ja 100 Jahre hier. Also das wird ein richtig langer Kampf, glaube ich. Und unser neues Flammenschwert nützt uns gar nicht mal so viel hier in dem Kampf. Komm schon, geh kaputt, du blöde Rüstung. Boah, hält die viel aus. Jetzt geht drauf. Ja, Team-Tode-Stoß. Das wüsste ich aber. Das spare ich mir auf, Melroth. Na? Boah, endlich haben wir wieder eine Einheit zerstört. Oh, lange gedauert. Kommt jetzt schon der Obermacker? Nee, da kommen noch ein paar Rüstungen. Die lasse ich jetzt aber wirklich bis hier hinten durchlaufen. Da gehe ich jetzt garantiert nicht nach vorne. What? Jetzt zaubern die auch noch? Wer zaubert denn da? Sind da Magier ganz hinten? Aha, vereist. Halten aber, selbst wenn die vereist sind, halten die trotzdem noch ganz schön viel aus. Also jetzt nicht, dass die irgendwie total hardcore geschwächt werden dadurch oder so. Das ist nicht der Fall. Hier bagge ich jetzt mal den Team-Tode-Stoß rein. Ja, macht ganz gut Schaden. Nichtsdestotrotz schwieriger, schwieriger, schwieriger Kampf. Ich sehe übrigens gar nichts mehr. Ah, ich weiß gar nicht mehr, wo ich bin. Guck mal zwischendurch mal so eine Eisfalle wieder an. Sind die Magier immer noch da? Ach, da vorne stehen die. Jetzt sehe ich die Magier mal. Na, die sollten wir auf jeden Fall mal hier ein bisschen früher kaputt machen. Die kriegen jetzt erstmal ordentlich Dresche, Dresche, Dresche. Komm schon, geht kaputt. Nummer 1. Nummer 2. Äh, ist hier noch irgendwo jemand? Nö. Da kommt schon die nächste Welle. Weiß gar nicht, war da nicht noch ein Magier mehr? Irgendwo dran sind die Magier gestorben. Keine Ahnung wo dran. Oh, jetzt sind hier Skelettkrieger mit dabei. Die haben doch gar keine Schnitte, die Skelettkrieger. Komisch, dass die Skelettkrieger hier mit denen mitlaufen. Team Tone Stoß! Direkt wieder rein damit. Ich rate übrigens jetzt einfach mal, dass in der nächsten Welle der Obermacker kommt. Denn wir sind schon bei 22, 34, 24, 26, 27. Also wir werden wahrscheinlich in dieser Welle 27 Monster besiegt haben am Ende der Welle. Und, äh, ja, da sind nur noch 10 Monster übrig. Da könnte ich mir vorstellen, dass die das halt komplett in der letzten Welle dann raushauen hier. Boah, ist da viel aktiviert! Ah! Nicht mich kaputt machen, Kollegen! Und Nummer 25? Komm schon! Ja, das war 25, 26, 27, 28 sind es sogar insgesamt. Ja, die eine Rüstung machen wir jetzt einfach mal hier hinten kaputt. Ich habe keine Lust, jetzt immer so lange zu warten. Geh kaputt! Esther schmeißt so einen Feuerball alle halbe Stunde mal. Ich will jetzt nicht sagen, dass sie komplett demotiviert ist, aber so richtig viel Mühe gibt sie sich auch nicht. Naja, 28. Und jetzt, tatsächlich, kommt unser Boss. Boah, nicht schlecht, der Bauer. Gar nicht schlecht. Wollen wir mal sehen, wie du dich schlägst, wenn ich Kabumm einsetze und euer kleines Schloss in Schott und Asche lege. Erzdämon, schauriger Chef der Schreckrecken. Ja, kannst du ruhig probieren, wenn du willst. Ich werde dich Kabumm machen. Wenn du hierher kommst, mache ich dich Kabumm. Das kann ich aber jetzt schon mal verraten. Na komm! Boah, sind die langsam. Ja, dann warten wir hier. Gut, haben wir mal ein Heilkraut. Gucken wir uns unsere Kartoffeln an. La 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 la. Aha, da sind sie ja endlich. Oh, der Boss bleibt natürlich ganz hinten. Der ist aber ganz schön feige. Der kriegt jetzt erstmal einen Todesstoß ab. Den Boss muss ich wahrscheinlich auch gar nicht eineisen, oder? Ha. Was machen wir denn jetzt hier taktisch? Klugerweise. Am besten, wir machen erstmal wieder die Magier kaputt. Ich meine, die Magier, die schießen immer von hinten. Ich denke, die sollten wieder mal als Erste sterben. Oh, was? Der macht eine riesige Explosion um sich rum. Ist das das Kabumm, von dem er gesprochen hat? Ah, doch, das ist schon nicht ohne. Naja, dafür ist seine restliche Armee schon mehr oder weniger komplett down. Boah, was für ein Kampf. Echt erbittert. Huh. Gut. Ah, was? Oh, ich bin fast gestorben mit einem Treffer hier. Erstmal Heilkräuter futtern ohne Ende. Ähm, vielleicht machen wir trotzdem, aua. Vielleicht machen wir trotzdem noch die Rüstung kaputt. Ich kann mich hier gar nicht mehr bewegen, so viel Schaden kriege ich. Todesstoß. Ah, es haben nicht alle Schaden bekommen. Boah, ich hätte nicht gedacht, dass sie so weit kommen würden. Geht's kaputt, Rüstungen? Oh, das war wieder so ein Kaboom-Angriff. Die dürfen den König nicht erreichen. Will ich, dass der König drauf geht? Sonst muss ich hier König werden. König Huxel. Unter mir wird Frieden herrschen. Höchstwahrscheinlich. Die haben einen Raum kaputt gemacht. Boah, ist das der Letzte jetzt? Ist das jetzt wirklich der Letzte? Also wir haben nur noch den Anführer. Jetzt hat er gerade... Ach, das ist eine Zauberanimation. Wenn er so in den, in den Himmel wedelt, dann macht er irgendwann diese Kaboom-Attacke. Aha! Jetzt geht drauf! Der bleibt auf jeden Fall hier immer in diesen Blöcken hängen. Der sieht ganz witzig aus. Jetzt geht kaputt! Mahnchen, Mahnchen, Mahnchen. Gleich haben wir es! Oh, oh, oh! Ich sollte Team Todeschuss einsetzen! Und das war's! Wir haben's geschafft! Die Monster wurden besiegt! Gewonnen! Können ich erstmal abklatschen hier mit Melroth. Boah, was für ein erbitterter Kampf. Das kann nicht sein, geschlagen von einfachen Menschen. Mich habt ihr vielleicht besiegt, aber eurem Schicksal entkommt ihr nicht. Das könnt ihr tun, da könnt ihr tun, was ihr wollt. Es ändert nichts! Es ändert nichts! Blablabla! Blablabla! Do, Dizan? Hurra! Die Schreckrecken sind besiegt! Hurra! Und dann hoch auf dich, Huxel! Alle drei Helden Hagons wurden ausgeschaltet und das haben wir alles dir zu verdanken, mein Junge. Du hast dir einen Preis verdient, junger Mann! Fünf Millionen Goldmünzen, das steht dir zu! Rasch Hieronymus, hol sie aus den Truhen! Äh, aber Majestät, habt ihr den Verstand verloren? Wir haben keine Truhen im Schloss, geschweige den Goldmünzen, mit denen wir diese füllen könnten, äh, was auch immer das sein soll. Ho, 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 dann nicht! Guter Huxel, ich habe keine Belohnung für die Erfüllung meiner Gebote, bis auf meine ewige Dankbarkeit, die ich hiermit uneingeschränkt anbiete. Ich weiß nicht, was der Monster nächster Zug ist, aber ich weiß, wo unsere Prioritäten liegen. In der Reparatur der am Schloss verursachten Schäden. Wie immer kannst du dies deiner schadtreuer Lehrlinge überlassen. Schon bald ist das alte Mädchen so gut wie neu, Huxel. Und wie so oft, danke ich meiner Siedlung für den massiven Einsatz. Die Siedlung erstrahlt in neuer Pracht beziehungsweise in alter Pracht. Und alle drei Missionen sind abgeschlossen. Die königlichen Gebote, Teil 2, sind damit beendet. Alle drei Helden Hagons sind besiegt. Doch wenn man den letzten Worten des Erzdemons Glauben schenken kann, sind die harten Zeiten noch nicht vorüber. Kann dieser Krieg etwa erst enden, wenn wir das Siegel von Mondbach zurückerobern? Sinnbild des Friedens und Wohlstand auf der Insel? Leider verloren wir es vor Jahrzehnten an den Feind. Wenngleich unsere Gegner besiegt sind, so ist doch die Dunkelheit geblieben. Es ist, als nähere sie sich zu dieser Sekunde ein Wesen von unfassbarer Bosheit. Dieser Krieg nimmt kein Ende, Kampf um Kampf, Schlacht um Schlacht, kommt jemals die Wende, Mühe und Not, Tag und Nacht. Himmel! Halt endlich deine kakophonische Klappe, du akustisch-kleingeistiger, krumm klingender Knallkopf! Dein dissonantes Gejaule bringt uns alle noch um den Verstand, mein Freund! Jetzt ist keine Zeit für Streitereien. Wenn schon der nächste Feind auf uns lauert, müssen wir unsere Abwehr nochmals verstärken. Wir müssen auf weitere Angriffe vorbereitet sein. Und auf diese Angriffe werden wir uns vorbereiten. Aber nicht mehr in diesem Part, sondern im nächsten. Ich hoffe, ihr hattet Spaß und der Part hat euch gefallen. Sollte dem so sein, lasst mir doch gerne ein Like und ein Abo da. So oder so würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Euer Huxel. Ciao!